Tipp ist, dass er gute Zweikämpfe führen sollte, er sollte faire Zweikämpfe führen, er sollte die Bälle rausklären, ein guter Verteidiger sollte viele Zweikämpfe gewinnen. Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, ich bin Sam und in dem heutigen Video geht es um 10 Tipps für Innen- und Außenverteidiger in der nächsten Folge von Sam the Coach, die dritte Folge glaube ich mittlerweile, und ja heute gibt es 10 Tipps für Innen- und Außenverteidiger und ich denke wir starten rein mit den ersten 5 Tipps für den Innenverteidiger, und zwar seht ihr das jetzt hier, 10 Tipps für Innenverteidiger, ich habe das ein bisschen gesagt, abgekürzt. Fangen wir an mit den ersten 5 und zwar sollte ein Innenverteidiger gut in der Spieleröffnung sein, er sollte gute Pässe nach vorne spielen, aber auch sichere Pässe hintenrum, wenn es nicht anders geht. Der zweite Tipp ist, dass er gute Zweikämpfe führen sollte, er sollte faire Zweikämpfe führen, er sollte die Bälle rausklären, ein guter Verteidiger sollte viele Zweikämpfe gewinnen. Der dritte Punkt ist die Kommunikation mit seinen Mitspielern, man sollte viel mit seinen Vorderleuten im Mittelfeld reden, auch mit dem Torwart und den Außenverteidigern, also ein Innenverteidiger sollte viel mit seinen Mitspielern kommunizieren. Der vierte Tipp, das sind Kopfbälle, ein guter Innenverteidiger sollte sehr kopfballstark sein, er sollte bei Standards, bei gegnerischen Standards, die Bälle aus dem 16er Köpfen und bei offensiven Standards, also bei Standards seiner eigenen Mannschaft, sollte er natürlich auch Torgefahr entwickeln und versuchen, per Kopf ein Tor zu schießen. Der fünfte Tipp ist die Schnelligkeit, ein Innenverteidiger sollte auf hohem Niveau sehr schnell sein, er sollte seine Gegenspiele ablaufen, angenommen ein Stellpass wird auf einen Stürmer gespielt, dann sollte ein Innenverteidiger auf jeden Fall da schnell mitrennen und auf jeden Fall schnell genug sein, um den Stürmer aufzuhalten. Das waren die ersten fünf Tipps, jetzt kommen wir zu den letzten fünf Tipps für einen Innenverteidiger. Kommen wir nun zu den fünf letzten Tipps für Innenverteidiger. Tipp sechs ist Ruhe, was meine ich damit? Ganz einfach, ihr solltet immer Ruhe ausstrahlen, ihr solltet Selbstbewusstsein ausstrahlen, ihr solltet außerdem ruhig am Ball sein. Das ist ganz wichtig für einen Innenverteidiger, ein guter Innenverteidiger sollte extreme Ruhe ausstrahlen, sodass eure Mitspieler immer wissen, okay, bei dem kann eigentlich fast nichts anbrennen. Das ist ganz wichtig für einen guten Innenverteidiger. Der siebte Tipp ist Aggressivität. Ihr solltet nicht zu aggressiv sein, ihr solltet zwar gut mit einer guten Robustheit auf die Gegner drauf gehen mit eurem ganzen Körper, aber ihr solltet es nicht übertreiben. Stichwort hier ist natürlich ein Sergio Ramos oder ein Pepe, die teilweise schon zu sehr unfairen Mittel greifen. Das solltet ihr versuchen zu unterlassen, ihr solltet wirklich versuchen, wirklich Ruhe, aggressiv zwar zu sein auf den Gegner, aber nicht zu aggressiv, also ihr solltet es da nicht übertreiben. Der achte Tipp ist Mitspieler absichern, sichern. Ihr solltet immer gucken, dass ihr in der Innenverteidigung so steht, dass wenn euer Mitspieler den Zweikampf verliert, dass ihr immer noch eingreifen könnt. Also ihr solltet wirklich für eure Mitspieler sicher sein, sicher stehen und immer auf der Hut sein, sodass wenn einer eurer Mitspieler vielleicht mal einen Fehler macht, dass ihr den dann noch ausbügeln könnt. Der neunte und vorletzte Schritt ist Spielverlagerung. Und zwar solltet ein Innenverteidiger auch mal ab und zu einen langen Ball zum Mittelfeldspieler oder zum anderen Außenverteidiger spielen. Also komplett auf die andere Seite. Das sieht man bei Spielern wie Boateng oder Hummels oft sehr gut und das sollte ein guter Innenverteidiger auf jeden Fall auch können. Und der zehnte und letzte Schritt für Innenverteidiger ist, dass ihr viel üben solltet, beziehungsweise alle neun Punkte, die ich jetzt hier genannt habe, dass ihr die auf jeden Fall trainieren solltet. Immer wieder trainieren. Die Zweikampfstärke, Passsicherheit, alles trainieren, was ein guter Innenverteidiger können muss, damit ihr auch besser werdet. Das waren die zehn, beziehungsweise neun Tipps für Innenverteidiger. Und jetzt kommen wir noch zu den zehn Tipps für Außenverteidiger. Kommen wir nun zu den zehn Tipps für Außenverteidiger. Fangen wir an mit den ersten fünf. Und zwar ist der erste Tipp die Ausdauer. Ein Außenverteidiger sollte viel und gute Ausdauer haben. Da er 90 Minuten lang das Spiel rauf und runter rennen muss auf seiner Außenbahn. Er muss schnell in die Offensive gehen und er muss schnell in die Defensive zurück. Das heißt, ein Außenverteidiger sollte eine relativ gute Ausdauer haben. Der zweite Tipp ist, dass er den Gegner abdringen sollte. Ein guter Außenverteidiger sollte den Gegner nach außen abdringen, sodass der Gegner nicht in die Mitte ziehen kann und einfach ein Tor erzielen kann. Also hier der Tipp, den Gegner nach außen abdringen. Der dritte Tipp ist, dass ein Außenverteidiger ein gutes Passspiel haben sollte. Er sollte gute Pässe in die Mitte spielen können, zu den Sechsern, beziehungsweise zu den Stürmern. Er sollte gute Pässe nach hinten spielen können, falls es brenzlig wird, dass er einen sicheren Rückpass spielen kann. Aber er sollte auch gute Bälle auf die Außen spielen können, auf seine Mittelfeldspieler, die Linie entlang. Also für einen Außenverteidiger, ein guter Außenverteidiger braucht ein gutes Passspiel. Der vierte Tipp ist, eine gute Ballkontrolle. Ein Innenverteidiger braucht eine verdammt gute Ballkontrolle, den ersten Kontakt, denn die Außenverteidiger werden sehr oft schnell angegriffen. Und dadurch sollte ein Außenverteidiger einen guten ersten Ballkontakt haben und auch sonst eine gute Ballkontrolle. Der fünfte Tipp ist, dass ein Außenverteidiger gute Flanken schlagen sollte, denn er wird offensiv immer mal wieder gebraucht und auch angespielt. Und dadurch sollte er eine gute Flanke zum Stürmer schlagen können. Also trainiert auf jeden Fall Flanken zu euren Stürmern. Kommen wir nun zu den fünf letzten Tipps. Tipp sechs ist, dass ihr euch viel mit euren Mitspielern absprechen solltet. Wer angespielt werden will und wer eher nicht. Also absprechen, viel miteinander sprechen, Kommunikation ist da beim Außenverteidiger sehr wichtig. Der siebte Schritt bzw. Tipp ist die Schnelligkeit. Ein Außenverteidiger sollte sehr schnell sein, damit er schnell nach vorne und nach hinten laufen kann. Also die Außen rauf und runter rennen kann. Damit er schnell an den Gegner vorbeilaufen kann. Also ein Außenverteidiger sollte relativ schnell sein. Tipp acht ist Zweikampf. Zweikämpfe wie beim Innenverteidiger. Ein Verteidiger, ein Außenverteidiger, ein Innenverteidiger sollte sehr gute Zweikämpfe ausführen können. Der neunte und vorletzte Tipp ist ein Dribbling-Tipp für einen Außenverteidiger. Ja, Außenverteidiger sollten relativ gut dribbeln können. Sie sollten im 1 gegen 1 gut vorbeikommen können, damit sie nicht zu einfach den Ball abgenommen kriegen können. Also hier der Tipp, verbessert euer Dribbling. Und der letzte Tipp, Tipp 10, auch wie gerade, alles üben. Übt die ganzen Tipps, die ich euch heute hier mitgegeben habe. Und dann werdet ihr auf jeden Fall ein besserer Innen- bzw. Außenverteidiger. Das soll es von dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Sam.